Vor allem die Frage ist jetzt wirklich Werfe ich hier noch meinen Aufstieg weg Komm, mach ein Tor, Chris Mach ein Tor Mach ein Tor und ich liebe dich Ich will dich heiraten Egal was du dazu sagst Ah, Mist Mist, Mist, Mist Das war es Oh Ich würde sogar noch aufsteigen Alter, die Fresse Ich würde im Moment aufsteigen Alter, dein Maul Komm, Patrick, du steigst auf Du bist sicher in der Relegation Ja Und ich bin sicher ein Arschloch Ja Wow Wuppertal steigt ab Ja Yes Ja Eckenwitsch hat erstmal Sein Kicker ausgesogen Unentschieden bei Erdingen Unentschieden bei Erdingen Yes Bei denen ist wieder ein Unentschieden Und du führst Oh Auswechsel Meine Reaktion kommt jetzt Ja Und ich raste hier förmlich aus Die Sensation ist perfekt Beiner Und Wuppertal ist wieder in der Relegation Können die beiden mal aufhören Sieg und Wuppertal Nein, ich will nicht aufsteigen Geh weg Nein Ja Ja Okay Ja Okay 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 Wenn das so weitergeht Dann will ich wirklich aufsteigen Ja Ja Aber Du kannst noch verkacken Ja Garching Ist beim Angewinn Ja und Ja wollte ich dir nur sagen Du kannst noch verkacken Wow Victor Du kannst auch Wow Victor Äh Walter Walter verliert Du kannst sogar noch Erster werden Werken Oh 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 Ach ja Es ist der vorletzte Spieltag Oh Mhm Oh 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 Wow Auf was spiele ich gerade Passiv aktiv Ah Chris ist ein Legasieger Uh Ich wünsche ich könnte sagen easy Aber es ist eine Lüge Ich glaube ich Und bis der Unentschieden lebt wieder Ich glaube ich habe sogar ganz auf normal gespielt Oder Keine Ahnung Wow Ja äh Ich muss essen Mach Mach mit meinem Verein was er wollt Wir wissen das ist die Liga Du trüsst auf mich wieder Komm her Ich habe gerade den Monitor Mach das bitte auf Für mich ist es dumm Nein Ich komme schon auf das Unentschieden Was ich gegen Chris spielen werde Höhöhöhöhö Ist auch Höhöhöhöhö Mindestens 3 Tore Berking Du bist der Unentschieden Äh ja Ich bin da Wow Ein Platz nicht öde genug Nicht nur das Warte 19 Unentschieden hab ich geschafft Ja Du machst die 20 voll Du machst die 20 voll Du machst die 20 voll Komm 20 Genau 20 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 Ah, warte, lass mich kurz rechnen! 29 von den 40 Punkten habe ich durch Unentschieden geholt! Ich werde damit... Was?! Ich werde aber nichtmals letzter mit meinem Unentschieden! Ich war 17. Mit einem Punkt hinter Wuppertal! Jaaa!!! Endlich! Tari steigt auf. Ich leider auch. Naja, noch kannst du es wegschmeißen. Ja, hoffentlich. Wenn Garching gewinnt. Und dann hast du Haus hoch verkacken. Also eigentlich jeder muss gewinnen, der hinter dir ist. Also Fürstenwalde und Garching. Und ich denke mir so, ja, easy. Ich bleibe sowieso 7. Liga. Vor allem Christus gegen International Leipzig. Wow, Schalke gewinnt durch Elfmeterschießen. Zum zweiten Mal hintereinander, glaube ich sogar. Ich glaube, den haben sie schon letztes Jahr gewonnen. Wow, die internationalen Pokale gehören nach Deutschland. Okay, letztes Spiel. Felix und Spieler. Für Spiele. Bei mir. Ach ja, ich habe ja meinen Einstellen nicht mehr. Er wollte ja nicht mehr. Ich hatte keinen Bock mehr auf dich. Einstellen, ich vermisse dich. Was wollte er? Die Beste natürlich. Obwohl, wenigste Spieler. Mach wenigste Spiele. Weil, ne? Er ist sowieso sicher weiter. Komm. Gegen international, gegen die, die er immer verkackt. Ja. Neben Germania-Alberstadt. Komm, du Schatz. Fängt ja schon mal gut an. Ja. Wow. Ich will aber meine 20 vollkriegen. Oh, nein. Nein. Danke. Ich will nicht gewinnen. Ich will die 20 voll. Ich will auch nicht gewinnen. Jetzt ist meine Mannschaft so gut, dass ich gewinne. Wow, warum führt Chris bitte 2-0? Ja, hast du dann unentschieden. 20, 20. Ich bin die Perfect 20. Ah, gewinnen. Verkackst. Oh nein, aber die verkacken. Nein, genau die, die gewinnen, sollen verkacken. Und ich gewinne. Was ist das? Ja, die Niederlage bringt mir nichts so lang, Union Fürsten, weil ich nichts macht. Wir sehen uns immer nächstes Jahr, Patrick. Wow, jetzt liegen sie sogar hinten, Fürstenwalde. Ja, das ist sicher weiter. Du steigst nicht mehr ab. Dafür steig ich auf mit einem verletzten Typen. Toll. Wow. 2-2. 3-2. 3-2. 2-2. Oh. Hey, du legst doch zurück. Ach so, scheiße. Oh Mann, mach das doch. Ich will die 20 voll kriegen. Oh, scheiß geil. Also Morpher Schmidt. Doch. Wie geht das? Wie geht das aber so? Seid nicht aggressiv. Oh Mann, ich will gleich so. Gegenhalten. Da kommt noch. Keine Angst. Wenn nicht, dann hab ich einen verkackt, Mann. Ich bin sowieso sicher weiter, will dich, will dich sterben, kamen. Ich will gerne mehr bekommen, Chris gewinnt das wirklich, ich bejag nicht mehr, du verkackst das wirklich und kommst trotzdem weiter. Weil die den Unentschieden machen, die Hurensöhne! NEEIN! Du bist in der sechsten Liga! Das Familientreffen muss noch ein bisschen warten. Ey, wo bin ich? Ligaerhalt. Wow. Oh, ich krieg fett Geld von Red Bull. Wow. Das Wuppertalverkarakter ist wirklich noch im vorletzten Spieltag. Hi! Was hab ich verpasst? Du bist aufgest... Du hast international Leipzig besiegt. Wie viel? 3 zu 2. Und ich hab verloren, aber ich bin drin! Gott, ich hatte so viel Glück, dass die beiden hinten aufvergangen haben. Ich wollte nur gucken, was... Oh Gott, wir reden gegen Siegen, die werden nicht abschlachten. Wer muss nicht... Oh, Berlin! Geil! Boku gewinnt das scheiß Ding! Was? NEEIN! Was? Die verletzte Spieler können nicht drinnen nach. Ah! 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 Wow! 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 Leipzig ist abgestiegen! Nein! Doch! Leva Kun siebter! Ne, der ist... Ah! Doch, doch, doch! Hansa Rostock ist abgestiegen! Ja! Halle hat's nur geschafft! Ja! Würzburg nein! Würzburg nein! Würzburg... Die sind doch schon lange abgestiegen in der vierten Liga. Mann! Äh! Torschützenkönig! Müsst du gucken! Das gibt's doch großartig zu gucken! Du weißt, wer gewonnen hat! Ja! Als ich zuletzt geguckt habe, war es nur ein Tor vor. Anzahl Tore. Ja, du bist alles ganz gut dabei! Wow! Das hab ich's gemeint! Wow! 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 Berking hat verkackt! Wow! Das war letztes Jahr aber nicht so! Wow! Wer ist Berking? Der ist dritter! Also! Wow! Und diese zwei Tore! Der hat verkackt! Wir haben verkauft! Yes! Yes! Uuhuhuhu! Ohohohoho! 60 geklackt! Uuuhh! Aber nicht die 70! Jaaaah... 70... Das war eigentlich mein Ziel, die 70 zu knacken mit Berking, aber jemand musste das ja verkacken! oh warte oh 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 my god und Erdigen könnte mit aufsteigen oh god nein dann habe ich wieder Erdigen an der Backe was soll ich sagen was soll ich sagen ich bin auch an der Backe Willst du eben noch den Arf damit? Puh, wow. Fickt euch! Fickt euch wirklich! Wow, wow, wow! Mann, ich wollte gegen Siegenspiel. Ich darf gegen Schweinfurt spielen. Fickt euch Berlin. Ihr Huren-Söhne, wieso macht ihr das nicht gleich im ersten Spiel? Macht meine Hoffnung nicht so hoch. Oh, du hast den besten Deal erwischt, wen wundern's. Oh, ich hab den besten Deal erwischt, wen wundern's. Was ist das, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich hab den besten Deal erwischt. Ich bin wundern's. Oh, wir gehen nicht zu EM. Wir fahren nicht zu EM! Wir fahren nicht zu EM! Wir fahren, wir fahren, wir fahren nicht zu EM. So, das ist interessant. Kommt Rumänien weiter? Wow. Ja, Gott. Vani! Aber bitte mit Müller, Vani! Wow, Volland, ich bin enttäuscht. Wow! Wow, Deutschland, hast du raus! Ja, die haben halt nächst, äh, hier. Oh, warte, 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 warte. Mal durch die Gruppen. Ja. Wow, 2-0. Wow, England! Okay. Hey, Portugal! Oh, ho, ho, ho! Oh, nein! True! Georgien! Georgien! Hey, Frankreich! Oh, 400. Das, was ich hier erwartet habe. Danke, Tschechien. Wow, Polen. Ich liebe euch, Tschechien. Wow, Polen! Das war so knapp. Aromedia hat verkackt, die Huren, Söhne. Ja, das war ich nochmal verkacken. Hoffentlich ist es gegen Volland. Oh, ho, 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 ho. Äh, 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 äh. Ah Scheiße, ich bin hier erwähnt. Das wärs bei den. Fickt euch! Ja! Wow, 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 wow! Wow, ein Auswechseln! Ja, ein Kumpenwechseln! Oh, nur den Gen! Oh, ich werd schwanger! Oh, nur den Gen! Ah, ich liebe euch, guck mal hier, guck mal auf! Ja, Russland, das ist nur wichtig. Ja, England, voll kackt erstmal so rustig. Wasso drastet aus. Sie haben glaube ich 30 Klo Haars auf dem Feld. Keine Ahnung. England ist sicher draußen. Ja, geil. Aju! Spann ihn auch! Wow.